Endlich Sommer. Im Gastgarten vom Stockstüble in Lustenau traf man sich am 5. Juni wieder zum Gedankenaustausch und gemütlichen Abend. Aus Fonsdorf mit dabei Karl Neumeyer. Er überbrachte Neuigkeiten aus der Obersteiermark. Musikalische Einlagen gab es von Günter Walter und Toni. Dazu wurden die mitgebrachten Gebäcke von Margot und Gerlinde verzehrt. Apfelstrudel und Rhabarberkuchen. Musikalische 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 Musik Vielen Dank.